Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie heute zum elften Teil der Reihe über romantische Liebesliteratur im Abendland. Und heute soll wieder einmal die Frau im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, und zwar in ihrer neuen, modernen, bürgerlichen Rollenzuschreibung, die einen Moment beinhaltet, was wir in den Zeiten davor so nicht kennen, nämlich die Frau als Engel. Nun kommt eigentlich seit dem frühen 19. Jahrhundert ein Motiv auf, in der bildenden Kunst und auch in der Literatur, die die Frau in Engelsgestalt malt. Das entsprach der Konventionen der christlichen Ikonografie überhaupt nicht. Wir haben Engelsbilder seit dem vierten nachchristlichen Jahrhundert und da werden Engel als Kämpfer, Siegestypen dargestellt. Sehr männlich auch, sehr machtvoll siegen sie über die Bösen, über das Böse in dieser Welt. Und es ist sowieso so, dass eigentlich in der christlichen Vorstellung die Frauen sehr oft eben mit dem Sündenfall verbunden werden, als die Verführerin des Mannes. Und da war es nicht so plausibel, sie in Engelsgestalt zu malen. Das wird eben jetzt im 19. Jahrhundert anders, denn man hat nun die Vorstellung, dass da die Frau sozusagen der Natur näher steht, dem Anfang der Welt, dem Ursprung der Welt näher steht. Sie ist weniger reflektiert, weniger zerrissen als der Mann. Gehört sie näher zum Bereich des Heiligen, näher zu Gott? Und dann wird es plausibel, dass man Frauen als Engel malt. Es gibt viele Maler, die sich dieses Themas dann im 19. Jahrhundert angenommen haben. Da ist zu nennen Fridolin Leiber, 1813 bis 1912 hat er gelebt, der junge Frauen als Schutzengel malt, die Kinder behüten vor dem Abgrund, in denen sie zu stürzen drohen. Oder Bernhard Plockhorst, 1825 bis 1907. Oder Matthäus Kern, 1801 bis 1892. Und dann der österreichische Hans Zatzka, Pseudonym, Zabateri, 1859 bis 1945, ein österreichischer Male. Die Engländer haben dann etwas entwickelt, was ganz beliebt geworden ist, nämlich die sogenannten viktorianischen Postkarten. Und da sieht man eben weibliche Gestalten als Engel, die Kinder behüten. Das ist ein ganz beliebtes Motiv geworden. Vielleicht werden einige von Ihnen auch die Schlafzimmerbilder kennen, die im Schlafzimmer der Großmutter gehangen haben. Diese stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert, haben ein überlanges Bildformat, hängen über dem Ehebett, zeigen oft Jesus mit den Jüngern, aber eben auch Mutter-Kind-Szenen, Engelsgestalten. Das ist ein ganz beliebtes Bild geworden für das Schlafzimmer. Das Schutzengel-Motiv hat seinen Ursprung im Andachtsbild und wird sozusagen erfunden von den sogenannten Nazarenern, einer religiös ausgerichteten Kunstrichtung, romantischen Kunstrichtung, die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts geformt hat, in Wien und Rom und sie hat dieses neue Motiv eingeführt, nämlich den Schutzengel, der ein kleines Mädchen, das im Nachthemd, in seinem Kinderzimmer betet, behütet. Oder auch ein anderes Motiv dieser Nazarener, das Engelsgeleit in freier Naturlandschaft, wo eben die Kinder vor dem Sturz in den Abgrund bewahrt werden. Diese Frauen als Engel, die Nähe zu Gott, hatten wir ja schon beobachtet, dieses Motiv im Faust, im Teil 2. Das ist ja auch erste Hälfte 19. Jahrhundert. Ich lese Ihnen noch einmal den Schluss vor, wo man das sehr, sehr schön hört. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, das Unzulängliche, hier wird's Ereignis, das Unbeschreibliche, hier ist's getan, das Ewigweibliche zieht uns hinan. Also jene Sphäre, die man nicht beschreiben kann, die nicht dem Menschen zugänglich ist, nicht angelangt werden kann, und das ist der Schluss und da ist es das Ewigweibliche Gretchen sozusagen, die Faust dann doch in den Himmel zieht. Goethe hat einen Erziehungsroman, einen Entwicklungsroman geschrieben, Wilhelm Meisters Lehrjahre von 1795 und darin schildert er Mignon, das wunderbare Kind, ein Mädchen von 12, 13 Jahren, eine Kindfrau, Mitglied eines Zirkus, das Wilhelm abkauft, dieses Kind, dem gegenüber er eine Väterfunktion einnimmt und dieses Kind, diese Kindfrau liebt Wilhelm über alles in dunkler Begierde. Und Mignon nun zieht sich auf einer Geburtstagsgesellschaft als Engel an und sie weigert sich, dieses Engelsgewand auszuziehen und sie wird dann vor Herzeleid sterben, als sie Wilhelm in den Armen von Therese sieht. Kind, Kindfrau, Unschuld im Engelsgewand, das Kind an der Schwelle zur Frau, das ist eben ein Motiv, was Goethe auch schon in diesem Entwicklungsroman einmal beschrieben hat, sehr früh eben beschrieben hat, 1795. Ich lese Ihnen ein Gedicht von Justinus Kerner vor, geliebt hat er, 1786 bis 1862, deutscher Arzt, Dichter, schwäbischer Romantiker, in dem er die Frauen mit Engeln vergleicht und schildert, wie die Welt wäre, wie die Erde wäre, wenn es keine Frauen geben würde. Frauen. Was wäre die Erde ohne Frauen? Das fühlt das Herz, ist's Auge blind. Ein Garten wär sie anzuschauen, in welchem keine Blumen sind, wär wie ein Tag, der ohne Sonne, wie eine Nacht und Sternenlicht, hätt nie gefühlt, der liebe Wonne, geglaubt auch wohl an Engel nicht. Dann hätte wohl auch Gottes Liebe kein fühlend Herz auf sie gestellt, denn wie langweilig kalt und trübe wär ohne Frauen dann die Welt. Preis jeder Stunde, wo gegeben Gott dieser Welt ein weiblich Kind zu lichtem, warmem Frauenleben und wenn es noch so viele sind. Also hier alle Klischees vereint, die Frau, Gefühl, ein Garten, Blumen, Tag, Sonne, Sterne, Gefühl, Liebe und eben auch eine Engelsgestalt, an die kein Mann je hätte glauben können, wenn er nicht die Frauen auf der Erde erleben würde. Ab dem Biedermeier, ab 1830, ist dieses wunderbare, eigentlich wunderbare und sehr positive Motiv für die Frauen dann ins Negative gekippt. Vor dem Gedanken, dass Frauen etwas Heiliges haben, Engel sind, muss man sie auch in der profanen und bösen Welt schützen. Sie werden ins häusliche Gefängnis verbannt und sie haben zwar Flügel, aber mit diesen Flügeln können sie nicht mehr fliegen. Ich werde Ihnen gleich ein sehr schönes Zitat aus dieser Zeit bringen. Sie werden auf so ein hohes, heiliges Podest gestellt, dass sie unerreichbar sind für Normalmenschen, damit außen vor, aus dem öffentlichen Bereich verbannt, kalt gestellt. Kinderküche, Kirche, das wird ihr Bereich und jetzt haben wir eben, wie gesagt, sozusagen Frauen mit Flügeln, aber sie können nicht mehr fliegen. Das drückt sehr schön Florence Nightingale aus in ihrem Essay Cassandra von 1852. Sie kennen Nightingale als die große englische Krankenschwester, die den Soldaten im Krimkrieg geholfen hat und in diesem Essay beklagt sie die Domestiziertheit der Frau, der englischen Frau. Sie sei wie der Erzengel Michael, der in Sant'Angelo in Rom steht. Riesige Flügel, die sie über die Erde erheben zum Himmel. Aber wenn sie versucht, sie zu benutzen, findet sie sich versteinert wieder, fest auf der Erde, gekettet, gekettet an ein bronzenes Piedestal. Wunderbar erfasst. Die Frau als Engel, aber eben versteinert, festgebunden auf die Erde, sie können nicht mehr fliegen. Und selbst die Königin, nun eine der mächtigsten Frauen des 19. Jahrhunderts, Queen Victoria, geriert sich ja als bürgerliche Mutter, als bürgerliche Frau, ein verkörpertes bürgerliche Familienideal und betrauert ihr Leben lang offiziell ihren Ehemann Albert inmitten ihrer Kinderschar. Sie weiß das dann auch zu produzieren mit den neu entstehenden Fotografien, wo sie nun das Vorbild für sozusagen die gesamte englische und koloniale Frauenschar werden wird. In Spanien haben wir das auch ganz, ganz stark ausformuliert und ich zitiere Ihnen eine spanische Autorin, Maria del Pilar Sinues de Marco. Gelebt hat sie 1835 bis 1893 eine spanische Schriftstellerin und die hat dieses Ideal der Frau als Erzieherin, als Hüterin der Moral und Sitte, als Mutter verkörpert, gebunden in ihre häusliche Sphäre, dem der Bereich der Religion, der religiösen Erziehung und der Sitte obliegt. Und sie beschreibt die Frau sozusagen als Engel des Hauses, ich zitiere, La suave e dulce condición de la mujer haber nacido para set al angel del hogar domestico. Es ist die milde und süße Natur der Frauen, geboren worden zu sein, um Engel der häuslichen Feuerstelle zu sein. das ist ganz, ganz beliebt geworden und diese Vorstellungen, wenn sie publiziert werden, erlangen dann eine ungeheure Auflage. sie hat sie hat dieses Buch auch Coventry Pat Moore, ein englischer Autor, gelebt hat er 1823 bis 1896, der 1854 ein Gedicht geschrieben hat, erweitert wurde es 1862, The Angel in the House. Und da schildert er das viktorianische Ideal einer glücklichen Ehe, ist enorm populär geworden in den USA und Großbritannien und bis zu seinem Tod 1896 hat sich dieses Gedicht in einer Viertelmillion Exemplare weltweit verkauft. Der Hintergrund war, dass seine Frau verstorben war mit 38, Emily Auguste Andrews und er schreibt nun ein Loblied, eine Lobeshymne auf sie und beschreibt sie als eben the most excellent of all, also die außergewöhnlichste, wunderbarste von allen, ich zitiere einmal, the best half of creations, best its heart to feel, its eye to see, the crown and complex of the rest, its aim and its epitome. Also die Frau, die beste Hälfte der Schöpfung, mit dessen Herz fühlt, dessen Auge, its eye to see, das Auge, das sehen kann, die Krone und der Inbegriff des Restes, das Ziel und der Inbegriff dieser Welt, also die bessere Hälfte der Schöpfung. Und weiter schreibt er, man must be pleased, but him to please is women's pleasure. Also dem Mann, dem Mann muss man gefallen, aber ihm zu gefallen, das ist das Gefallen, die Freude der Frauen, der Frau. Die Frau wird in diesem Gedicht als alles Ertragende, als alles Verzeihende geschildert und das ist dann eben das Ideal, dass wir ab der Späten Romantik ab 1830 sehen, wie sich das verbreitet und das dazu führt, dass wir Frauen im Abendland eine immer geringere Rolle im öffentlichen Leben spielen und das wird sich dann eben erst ändern im 20. Jahrhundert und bis heute kämpfen wir um unsere Gleichberechtigung in dieser immer noch männlich dominierten Welt.